Einen wunderschönen guten Tag an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Stegel. Heute ist der 26. März. Wir haben rund 17 Uhr und in diesem Clip geht es über den Dow Jones. Zwei Wochen her, wieder Zeit. Die letzte Überschrift war, als ob da ein Deckel drauf ist. Und der ist nach wie vor hier oben drauf. Hier so in diesem Bereich, machen wir das Fadenkreuz rein, hier so in diesem Bereich, kommend von hier, das ist der Anfang November letzten Jahres, haben wir hier so bei rund 26.300 haben wir hier diesen Deckel einmal. Hier haben wir es eben noch nicht mal ganz geschafft. Auffallend ist, dass die Bänder extrem eng sind. Das sind mit Myonot 600 Punkte. Das ist für den Dow sehr wenig. Das sind zweieinhalb Prozent. Viel mehr ist das nicht. Das ist ziemlich gering. Wir hatten das mal hier hinten. Deswegen fasse ich mal hier alles zusammen, was sich hier momentan so ergibt. Das ist nämlich ein ganz erheblicher Klüngel. Das wird eine spannende Geschichte in den nächsten Tagen. Zum einen, wie gesagt, die Bänder sehr eng. Extrem eng. 10- und 20-Tage-Linie. Schmusen hier rum und genau da handeln wir momentan. 25.748. Dann haben wir hier die 200-Tage-Linie bei 25.156. Können Sie hier rechts am Rand sehen. Und etwas drüber lag das letzte Verlaufstief. Wir haben ein insgesamt noch leicht angeschlagenes MACD. Und der Oszillator ist weiterhin negativ. Ich kann hier so Kästchen reinmalen. Ich male ja ganz gern, auch mit dieser Software. Und das hier wären dann für mich die wichtigen Punkte. Einmal hier und ich gehe unter die 200-Tage-Linie. Also ungefähr hier. Das mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Die genauen Punkte, die ich meine, dass sie wichtig sind, ist hier die 26.233. Nach oben. Und hier unten unterhalb der 200-Tage-Linie ist der Bereich 25.100. Je nachdem, was wir zuerst nehmen, glaube ich, dass dem bis zu 1000 Punkte folgen wird. Nach oben oder unten. Im Moment muss ich davon ausgehen, dass so eine Bewegung eher nach unten geht. Also mögen tue ich es nicht, möchte es nicht kaufen. Für Optionshändler wäre die perfekte Strategie für sowas ein Straddle mit einer Laufzeit von ungefähr drei Monaten. Also Kauf eines Calls, Kauf eines Putts. Man kann es auch als Strangle machen. Beim Straddle ist es die gleiche Laufzeit, gleiche Basis. Beim Strangle ist es die gleiche Laufzeit, andere Basen. Das wäre dann ein Call hier oben, ein Putt hier unten. Aber ungefähr so muss ich auch die Optionen aussuchen, die ich Ihnen jetzt hier gleich nennen werde. Ich fange mal mit dem Call an. Für den Fall und nur für den Fall, dass wir hier oben drüber gehen, ist die Wahrscheinlichkeit eines neuen All-Time-Hiles ziemlich groß. Das liegt ja ein bisschen weiter weg. Und dafür böte sich so ein Schein hier an. Basis 24.832. Der hat im Moment einen Hebel von 28. Der liegt hier unterhalb dieses Zwischentiefs und unterhalb der 200 Tage, außerhalb dieses Kästchens. Das ist nur für den Fall, dass wir hier drüber gehen. Anders möchte ich jetzt noch nicht haben. Das ist die GA2 CD2. Das ist von Goldman Sachs ein Open End Schein. Und jetzt schauen wir mal nach Putts. Ein Putt muss sich wie gesagt hier oben drüber legen. Und der wird das dann aktiv, wenn wir dieses Kästchen hier nach unten so etwas unter der 25.100 verlassen haben. Das wäre dann sowas hier. 26.305. Das ist ebenfalls von Goldman. Ebenfalls ein Open End Schein. Und hat die Kennung mal GM6-X18. Man kann natürlich ganz frech sagen, ich kaufe beide Seiten. Ich kaufe so jetzt schon sowohl den Call als auch den Putt. Es ist mit K.O.-Schein eine gefährliche Sache. Der kann mal kurz den Kopf hier oben rausstrecken, löscht hier oben den Putt und dann geht er runter und löscht den Call. Das ist eine böse Krichte. Aber ich gehe davon aus, dass die Bewegung, die uns bevorsteht, größer sein wird. Ich habe nach wie vor die Ansicht, dass das zweite Quartal schlechter wird als das erste. Also ich rechne tendenziell eher mit Kursen hier irgendwo um diesen Bereich rum. Für die nächsten drei Monate, aber auch für den DAX. Deswegen ein lieber warten, bis die eine oder andere Seite mit Schlusskurs wichtig überbuten wurde oder unterbuten wurde. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Ciao.